Ich begrüße Sie zu dem Video Beispiel zur Fehlerabschätzung für die zusammengesetzte Trapezformel. In diesem Video möchte ich die Formel für die Fehlerabschätzung zur Berechnung eines bestimmten Integrals mithilfe der zusammengesetzten Trapezformel an einem konkreten Beispiel einmal anwenden. Die Ungleichung zur Fehlerabschätzung, die ich ja im letzten Video numerische Methoden Nummer 4 bewiesen hatte, sehen Sie rechts oben im blauen Kasten noch einmal hingeschrieben. Wir hatten dazu gezeigt, dass der absolute Fehler, das heißt der Betrag aus der Differenz des exakten Integralwerts, also dem bestimmten Integral von a bis b über die Funktion f von x dx minus der zusammengesetzten Trapezformel t Index n in Abhängigkeit der betrachteten Funktion f, dass dieser absolute Fehler immer kleiner gleich oder höchstens gleich der vorgegebenen Intervallbreite b minus a zwölftel war, multipliziert mit h² mal m. Dabei hatten wir für in der zusammengesetzten Trapezformel unser vorgegebenes abgeschlossenes Intervall von a bis b in n äquidistante Teilintervalle zerlegt mit der Breite h gleich b minus a durch n, wobei n hier irgendeine beliebige natürliche Zahl sein konnte. Und wir hatten mit Groß-M bezeichnet den maximalen Wert der zweiten Ableitung, den die zweite Ableitung auf diesem abgeschlossenen Intervall von a bis b annehmen kann. Und als Beispiel betrachten wir jetzt hier einmal die wichtige in der Wahrscheinlichkeitstheorie die vorkommende gaussische Glockenkurve, also die Glockenkurve, die wird beschrieben durch eine Abbildung f, möchte ich sie mal bezeichnen. Das ist eine Abbildung aus der Menge der reellen Zahlen in die Menge der reellen Zahlen, wobei hier jedem x aus dem Definitionsbereich zugeordnet wird der Term e hoch minus 1 halb x². Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, und das ist auch in der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine wichtige Frage, wie berechnet man eigentlich das bestimmte Integral von a bis b über diese gaussische Glockenkurve, also über e hoch minus 1 halb x² dx? So, zunächst einmal ist diese Funktion, also die gaussische Glockenkurve, die Funktion f, eine Riemann-integrierbare Funktion und das bedeutet, dass zu dieser Funktion klein f auf jeden Fall eine Stammfunktion groß f existiert. Allerdings lässt sich diese Stammfunktion nicht durch elementare Funktionen analytisch ausdrücken. Das lässt sich auch mathematisch sehr aufwendig beweisen, was ich hier natürlich nicht machen möchte. Aber ich habe hier einmal in den beiden folgenden Abbildungen 1 und 2 einmal die Graphen dargestellt. Sie sehen hier in der Abbildung 1 einmal den Graph g von f der gaussischen Glockenkurve und rechts daneben in der Abbildung 2 die zugehörige Stammfunktion dargestellt. Das ist der Graph der Funktion groß f. Und wir wollen jetzt einmal die folgende Aufgabe uns anschauen, die ich hier vorbereitet habe. Und zwar schätzen Sie mit der zusammengesetzten Trapezformel den absoluten Fehler für das bestimmte Integral und das bezeichne ich jetzt hier mit i in Abhängigkeit von f. Und das ist hier definiert als Integral von 0 bis 10 über e hoch minus 1 halb x² dx. Und dieses Integral wollen wir abschätzen und zwar einmal für a für n gleich 5 Teilintervalle und im Fall b für n gleich 10 Teilintervalle. Und weitaus wichtiger ist die Fragestellung c in der Praxis. Man ist nämlich in der Praxis eher daran interessiert, rauszubekommen, wie groß muss eigentlich ein n mindestens gewählt werden, damit der absolute Fehler zwischen dem exakten und den genährten Integralwert kleiner ist, in unserem Fall jetzt habe ich hier vorgegeben, als 10 hoch minus 4. Das heißt letztendlich, dass die Abweichung der beiden Werte eigentlich sich nur höchstens in der dritten Stelle nach dem Komma unterscheiden dürfen. So, diese Aufgabe wollen wir jetzt einmal beantworten. Also wir werden jetzt einmal anfangen mit der Aufgabe a, also die Lösung zur Aufgabe a schauen wir uns einmal an. Zunächst einmal ist hier vorgegeben, 5 äquidistante Teilintervalle, also n ist gleich 5. Die untere Grenze a ist hier gerade 0. Die obere Grenze, die wir betrachten, ist gleich 10. Und daraus können wir sofort die Intervallbreite der äquidistanten Teilintervalle ausrechnen. h war ja, das stand hier oben im blauen Kasten noch. b minus a dividiert durch n, also in unserem Fall 10 minus 0 dividiert durch 5. Das gibt also 10 Fünftel, also letztendlich 2. Jedes dieser äquidistanten Teilintervalle hat also hier die Breite 2. So, was benötigen wir noch? Und dazu schauen wir nochmal in den blauen Kasten. Um diese Abschätzung hier zu machen, benötigen wir neben b und a und h auch noch die Zahl M. Das ist also der maximale Wert der zweiten Ableitung. Das heißt, wir müssen jetzt einmal für die Glockenkurve die zweite Ableitung zunächst einmal bilden. Ich schreibe dazu vielleicht noch einmal die Funktionsgleichung auf. f von x war ja e hoch minus 1 halb x Quadrat. Daraus folgt sofort die erste Ableitung mithilfe der Kettenregel. Die innere Ableitung liefert hier minus x, wie Sie sehen. Also minus x multipliziert mit e hoch minus 1 halb x Quadrat. Daraus erhalten wir sofort die zweite Ableitung mithilfe der Produkt- und Kettenregel. Der erste Faktor abgeleitet wäre hier minus 1, den zweiten hingeschrieben, plus jetzt den ersten Faktor hingeschrieben, also minus x, den zweiten Faktor abgeleitet, also wieder die Exponentialfunktion ableiten, liefert als innere Ableitung wieder ein minus x, so dass wir minus x mal minus x zu plus x Quadrat zusammenfassen können, mal e hoch minus 1 halb x Quadrat. Und das Galanzen lässt sich noch etwas eleganter hinschreiben. Wir können die Exponentialfunktion hier ausklammern und erhalten dann x Quadrat minus 1 in Klammern mal e hoch minus 1 halb x Quadrat. Wir sehen hier also zunächst einmal, dass die zweite Ableitung hier offensichtlich eine stetige Funktion ist. Und wir wissen aus der Analyse 2, dass eine stetige Funktion auf einem kompakten Intervall immer ihr Maximum als auch ihr Minimum annimmt. Uns interessiert jetzt nur das Maximum und es ist gesichert, dass diese zweite Ableitung hier also auf jeden Fall auf diesem abgeschlossenen Intervall von 0 bis 10 ihr Maximum annehmen kann. Und das Maximum kann entweder innerhalb des Intervalls liegen, also zwischen 0 und 10 oder an den Intervallrändern. Um jetzt das Maximum innerhalb des Intervalls hier so bestimmen, werden wir hier einmal die notwendige Bedingung uns anschauen. Die notwendige Bedingung wäre ja für ein Extremer, dass die Ableitung 0 ist. Wir müssen also die Ableitung von der zweiten Ableitung hier bilden. Das heißt, die notwendige Bedingung geht jetzt in unserem Fall über in f3' von x muss gleich 0 sein. Bilden wir mal die dritte Ableitung wieder mit der Kettenregel und Produktregel. Der erste Faktor abgeleitet ist 2x, den zweiten hingeschrieben, plus den ersten Faktor hingeschrieben, den zweiten abgeleitet mit der Kettenregel. Dann haben wir als innere Ableitung wieder ein minus x mal e hoch minus ein halb x². Auch hier möchte ich die Exponentialfunktion ausklammern und die Terme etwas zusammenfassen. Dazu multipliziere ich einmal diese Klammer hier hinten aus. Minus x hoch 3 hätten wir dann einmal dort stehen. Dann ein plus x und mit den 2x, die hier vorne stehen, können wir das zusammenfassen zu 3x multipliziert mit e hoch minus ein halb x². Das Ganze muss 0 werden. Wir wissen, die Exponentialfunktion ist immer positiv. Die kann nicht 0 werden. Daraus können wir dann sofort schließen, dass eigentlich nur die Klammer 0 werden kann. Dort klammere ich gleichzeitig auch mal ein x aus. Wir halten dann x mal Klammer auf minus x² plus 3 ist gleich 0. Wir wissen, ein Produkt wird 0, wenn einer dieser beiden Faktoren 0 wird. Das heißt, entweder ist x gleich 0. Das führt uns zur Lösung x1 gleich 0. Oder der zweite Faktor ist 0, also minus x² plus 3 gleich 0. Lösen wir das Ganze auf, dann halten wir zwei weitere Lösungen. Nämlich die zweite Lösung wäre dann Wurzel aus 3 offensichtlich. Und die dritte Lösung, die hier in Frage kommen könnte, wäre minus Wurzel aus 3. x3 können wir allerdings hier ignorieren, weil wir uns ja nur auf das Intervall von 0 bis 10 hier konzentrieren. Das heißt, eigentlich kommen für uns nur diese beiden Zahlen hier in Frage. Dann berechnen wir einfach mal den Funktionswert, also in unserem Fall jetzt die zweite Ableitung an diesen Stellen. Die zweite Ableitung an der Stelle x1 gleich 0 wäre dann hier, wenn wir in die zweite Ableitung einmal hier oben reingehen. Ich unterstreiche sie vielleicht noch einmal. Dann erhalten wir 0 minus 1, also minus 1 mal e hoch 0. Es bleibt minus 1. Und wir sehen, der Betrag wäre hier also für die zweite Ableitung an der Stelle 0 gerade plus 1. Dann schauen wir uns noch einmal an. Was liefert die zweite Ableitung an der Stelle Wurzel aus 3? Ja, wenn wir das in die zweite Ableitung einsetzen, halten wir in der Klammer den Ausdruck Wurzel 3 Quadrat, also 3 minus 1, das ist 2 mal e hoch minus 1 halb mal Wurzel 3 Quadrat liefert e hoch minus 3 halbe. Das liefert ungefähr einen Wert, wenn man das im Taschenrechner einmal eingibt von 0,446 auf drei Stellen nach dem Komma. Ist also schon einmal kleiner und der Betrag bleibt ja dasselbe. Ich kann hier also auch Betragsstriche rumsetzen. Da kommt dasselbe raus. Ist also kleiner als 1, wie Sie sehen. Jetzt könnte also das Maximum eventuell aber noch an den Rändern des Intervalls liegen. Wir wissen schon den Wert an der Stelle 0. Bleibt jetzt einfach nur noch zu untersuchen, was liefert eigentlich die zweite Ableitung an der Stelle 10? Ja, setzen wir das in die zweite Ableitung ein. 10 Quadrat minus 1 liefert 99, multipliziert mit e hoch minus 1 halb mal 10 Quadrat und das liefert gerade e hoch minus 50. Das ist also ein sehr, sehr kleiner Wert. Ungefähr würde man hier halten 1,9 mal 10 hoch minus 20. Und damit haben wir also unseren maximalen Wert gefunden. Wir können hier also rausschließen. Daraus folgt unser Maximum für die zweite Ableitung auf diesem abgeschlossenen Intervall von 0 bis 10 ist also hier der Wert 1. Und damit können wir jetzt zur Frage A übergehen. Wir können also jetzt den Fehler einmal abschätzen. Das heißt, wir betrachten jetzt hier konkret den Betrag unseres bestimmten Integrals, was ich hier einmal abkürzen möchte, wieder mit i in Abhängigkeit von f minus, jetzt betrachten wir die Trapezformel für fünf Teilintervalle, also t Index 5 in Abhängigkeit der Funktion f, ist also kleiner gleich. Ich schreibe vielleicht noch einmal der Vollständigkeit halber die Formel hin. B minus a zwölftel Stand oben im blauen Kasten mal h² mal m. Dann setzen wir unsere gegebenen Werte einmal ein. Unser b war ja 10, unser a war eine 0, dividiert durch 12. Unser h war eine 2. Das sehen Sie hier oben ja noch. Ich unterstreiche das vielleicht noch einmal. Also liefert das h² eine 4 mal m war 1. Also halten wir letztendlich hier, wenn man das Ganze einmal ausrechnet und kürzt, hier würde gerade 10 Drittel herauskommen. Und das heißt ungefähr der Wert 3,33. Das heißt also, dass unser maximaler Fehler höchstens zwischen dem exakten und dem genährten Wert für fünf Teilintervalle 3,33 betragen kann. Dann können wir auch sofort zur Aufgabe b jetzt übergehen. Die rechnet sich ganz schnell hier jetzt aus. Hier ist natürlich b wieder 10, a ist 0. Hier haben wir also einfach nur n gleich 10. Das heißt, wir halten jetzt hier eine neue Intervallbreite h von b minus a. Also 10 minus 0 ist 10, dividiert durch 10. Und das gibt hier 1. Das heißt, unsere Intervallbreite hat sich von 2 auf 1 gerade halbiert. Und da in den Fehler h² vorkommt, heißt es letztendlich, dass sich unser Fehler gerade vierteln muss. Das bedeutet also, in diesem Fall können wir dann schreiben, daraus folgt, dass unser absolute Fehler zwischen i in Abhängigkeit von f minus, jetzt schreibe ich t-Index 10 in Abhängigkeit von f, weil wir ja 10 equidistante Teilintervalle jetzt hier betrachten, ist also kleiner gleich 10 minus 0, also 10 dividiert durch 12 mal 1², das ist h², mal m, ist wieder 1 bei uns. Und das gibt gekürzt, wie Sie sehen, 5 Sechstel, also gerundet gerade 0,833. Und das ist gerade ein Viertel von dem Wert für n gleich 5, wie Sie sehen. Und jetzt kommen wir zur, in der Praxis, interessanteren Frage, nämlich zur Aufgabe c. Wie groß, wie war die Aufgabe nochmal gestellt, wie groß muss n mindestens gewählt werden, damit der absolute Fehler zwischen dem exakten und dem genährten Wert kleiner als 10 hoch minus 4 ist? Zunächst einmal schauen wir uns den Fehler einmal an, der hier auftritt, der war ja gerade, ich schreibe den nochmal hier hin, b minus a dividiert durch 12 mal h², multipliziert mit m, mit, ja, b ist bei uns natürlich wieder 10, a ist die Zahl 0, unser h wäre jetzt hier ja b minus a, also 10 minus 0 dividiert durch n und unser m ist natürlich immer noch die Zahl 1. Das Ganze können wir jetzt einmal einsetzen hier. Dann erhalten wir also, daraus folgt dann, b minus a dividiert durch 12 mal h² mal m ist dann in unserem Fall 10 minus 0, also 10 dividiert durch 12 mal h², das gibt gerade 10², dividiert durch n², wie Sie sehen, mal m. Und das soll kleiner sein als 10 hoch minus 4. Das Ganze lässt sich jetzt auflösen nach n², das heißt n² wäre dann auf jeden Fall größer als 10 hoch 3, wenn wir das Ganze einmal zusammenfassen, dividiert durch 12 mal 10 hoch minus 4. Und das Ganze können wir dann schreiben als 10 hoch 7 dividiert durch 12. Dann ziehen wir hier die Wurzel aus dieser Ungleichung und wir betrachten hier nur den positiven Wert für n, da ja n eine natürliche Zahl sein muss, das heißt n ist dann hier größer auf jeden Fall zu wählen, als die Wurzel aus 10 hoch 7 dividiert durch 12. Und wenn man das in den Taschenrechner eingibt, dann erhält man näherungsweise den Wert von 912,87. Das heißt also, da n eine natürliche Zahl ist, müssen wir hier n also wählen, also gewählt, n größer oder höchstens gleich von 913. Das sind also, das heißt wir brauchen also 913 Teilintervalle. Und wenn wir 913 Teilintervalle haben, wissen wir, dass wir also 914 Stützstellen benötigen. Das heißt also, die Auswertung mit Hilfe dieser Trapezregel, zusammengesetzten Trapezraumregel, ist also relativ aufwendig. Wir müssen also 914 Funktionswerte hier letztendlich auswerten, um jetzt diesen Integralwert auch mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 4 hier genähert zu berechnen.